Hallo und willkommen zu Death Garden, hier Runde 2 und mal gucken wir mal wieder so glorreich abschneiden wie in der ersten. Ja, mal sehen wie wir uns schlagen. Wir hatten jetzt auch ein paar Folgen gemacht, wo wir richtig aufs Maul bekommen hatten, aber das war dann so schnell vorbei, das lohnt keine Aufnahme. Da gehst du irgendwie rein, wirst niedergemacht, wirst exekutiert und dann ist es irgendwie nach 2 Minuten zu Ende. So, da sind wir wieder im Spiel, ich spiele wieder als Support, an das andere traue ich mich noch nicht so ganz ran, außerdem finde ich den Support irgendwie am nützlichsten. Das ist ein bisschen zu unterstützen. Wegen heilen, ne? Wegen heilen, ja. Und mehr Stamina und gut. Katze, was sagst du, Darius? Ich habe wieder Control. Okay. Also wieder den Killer ärgern, beziehungsweise, das ist ja kein Killer. Ja, aber den dicken Mann mit Schrollflinder, ja. Den dicken Mann mit Schrollflinder, ja. Den dicken Mann mit Schrollflinder, ja. Ja. So, als erstes gleich mal auffüllen. Alles was so geht. Und achten, warte, 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 warte. Hast du auch dein gesammelt? Nein, ich habe gesagt, so ein Worten. Achso, ja. Warte, warte, warte. Hier komm. Hier komm. Felix mit allen. Ja, ich wusste nicht, dass du... Ich habe das jetzt gar nicht so sehr mitbekommen. Ich dachte, der Radius wäre ein bisschen größer. Nee, da musst du nämlich nach und sein. Okay. Die nehmen sogar schon C ein sofort. Mhm. Okay, das bringt mir nichts in den Kassen. Ja. So, wir bräuchten jetzt nur noch mal so ein Obelisken, wo die Fähigkeit freischalten können dort. Also, ja, da ist er noch. Bringt das eigentlich was, wenn man auf den Hunter schießt? Kann der auch sterben? Ähm, nein. Aber wenn du... Oh, jetzt kommt er. Ja, ich weiß. Dann müssen wir uns zur Hälfte schaffen. Komm, komm, holen wir noch zur Hälfte. Oh nein. Pah, er jagt dich. Ja. Hui, ab die Wand hoch. So, ich hacke mich einfach mal ins Gras. Und hoff, dass er sich nicht zieht. Okay, ich glaube, er hat abgelassen. Er hat abgelassen zu mir. Ja, er geht wieder zu Punkt A und schießt drauf. Oh. Ist man so ein Ding markiert? Hm. Ist eigentlich die Markierung dann ewig, oder hört die Hunger nur auf? Das, glaube ich. Nee, guck mal, Punkt A ist jetzt schon wieder nicht mehr markiert. Ah, okay. So. Punkt A wird gerade eingenommen. Ich habe jetzt ein Slow-File. Okay. Ich glaube, die Stunpfeiler sind ziemlich für ihn. Ja, glaube ich auch. So, ich habe wieder die Halbpfeile drin. Was ist eigentlich in den zweiten Pfeiler? Was machen die denn? Die machen ein Schild. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch einen Punkt einnehmen, ne? Dort hinten ist irgendwas rot. Ist das schlecht oder ist das gut? Nee, das ist einfach rot. Das ist so ein Heil-Ding. Hm. Okay, er ist gerade irgendwie an mir vorbeigesprungen. Okay. Okay. Hoffentlich. So, nochmal ein Update geholt. So, mit dem zweiten Pfeil. Hm. Und du hast auch so eine Leiste über deinen, ähm, über den Fähigkeiten, siehst du das? Ja. So eine blaue. Ich weiß auch nicht, was die wirkt. Ja. Vielleicht, äh, ist das dann abhängig? Nee. Keine Ahnung. Und vielleicht, wenn die voll ist, kriegst du ein Spezial-File. Die Spezial-File kriegst du ja nicht aus den, ähm, Dingern. Oh, Exit ist schon open. Okay. Ich geh zum Exit. Ja, ich komm dir hinter, ja. Safe. Wir müssen das einfach mal schaffen, ne? Ja. In der Runde wurde man wirklich irgendwie ziemlich arg mitgeschliffen, ne? Ja. Ja. Ja, die Provanas haben gewonnen. Okay. Gut, da sind wir jetzt auch in der zweiten Runde entkommen. Ähm. Ja, voll krass. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so das Spiel findet. Also, wir spielen jetzt auch hier. Das sind unsere ersten Spiele, wir blicken da noch nicht so ganz hinter alles durch. Die ganzen Mechaniken sind noch ein bisschen, gibt ja auch kein Tutorial oder sowas, musst da halt alles selbst rausfinden. Ja, wenigstens, wenigstens weiß ich, wie ich meine Highfiler ausrüsten kann. Mit, mit Mausrat scrollen. Mit zwei, ja. Ja, oder mit Mausrat scrollen, geht auch. Okay, ähm, ich hoffe, es hat die Folge gefallen, ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Ciao.